Herzlich willkommen, Lenny. Dankeschön, Lisa, für die Einladung. Ich freue mich. Schön, dass du da bist. Ich habe heute Lenny zu Gast zu einem Interview, so einer Art Podcast-Interview. Und ich habe Lenny kennengelernt bei der Breathwork-Ausbildung, die wir beide gemacht haben, bei Daniel. Und Lenny hat eine ganz, ganz wunderschöne Energie, finde ich. Also wenn man dir so begegnet, dann merkt man einfach, du bist geerdet in dir, du strahlst ganz viel Ruhe aus und arbeitest selber auch als Coach. Und deswegen freue ich mich, dich heute diesbezüglich so ein bisschen interviewen zu können und mit dir darüber sprechen zu können, wer du so bist und was dich so ausmacht. Dankeschön. Ich freue mich, Lisa. Vielen Dank, dass du da bist. Magst du ein bisschen was über dich erzählen? Was du so machst, was du in der Vergangenheit so gemacht hast. Du bist ja auch noch sehr jung und trotzdem schon sehr erfolgreich. Ich glaube, das ist interessant für die Leute. Ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr so jung. Ich gehe jetzt auf die 30 zu. Ja, also ich beruflich bezeichne ich mich mittlerweile als Achtsamkeitstrainer. Das ist irgendwie so eine Bezeichnung, die sich da jetzt gerade am stimmigsten anfühlt. Allgemein habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, mir so ein Label zu geben, aber das fühlt sich recht stimmig an. Ich arbeite da mittlerweile hauptsächlich mit, vor allem mit sehr leistungsorientierten Menschen, sind meistens selbstständige Unternehmer, aber nicht nur. Aber vor allem Menschen, die sehr leistungsorientiert sind, Menschen, die sehr stark das Gefühl haben, immer noch mehr machen zu müssen, mehr erreichen zu müssen, auch meistens damit einhergehend so ein bisschen das Gefühl haben, wenn man es genau erforscht, jetzt nicht gut genug zu sein. Und dadurch natürlich auch die Zufriedenheit oft einfach so auf die Zukunft projiziert wird, was dazu führt, dass die Zufriedenheit nicht jetzt da ist. Und es sind halt eben meistens Menschen, die eigentlich genug Gründe hätten, schon zufrieden zu sein, weil es im Außen meistens sogar eigentlich alles schon recht gut ist, aber halt irgendwie immer alles noch nicht genug ist. Und da helfe ich dabei, dann mehr die Zufriedenheit in sich zu entdecken, rauszufinden, dass die Zufriedenheit die ganze Zeit schon da ist, auch schon die ganze Zeit verfügbar war. Und ja, einfach zu lernen, da mehr damit in Kontakt zu sein. Und dann aus dieser Zufriedenheit heraus dann sein Ding zu machen und den Ding zu machen, die einem wichtig sind und wo man nachgehen möchte. Einfach vor allem wirklich rauszufinden, dass diese Zufriedenheit in einem liegt. Und das ist das, was ich mittlerweile mache. Und ich habe, mein Weg war der, dass ich natürlich selber in dieser Rolle war. Also dass ich selber in dieser Position war, in der Menschen sind, die ich jetzt begleite. Also ich habe mich schon recht früh selbstständig gemacht und habe ja dann schon mit Anfang 20 eigentlich schon viele so Ziele erreicht, die ich immer erreichen wollte im Außen, was finanziell angeht, Reisen angeht, und auch so fitnesstechnisch. Und das war mir halt bis zu dem Zeitpunkt alles sehr, sehr wichtig, weil ich irgendwie auch geglaubt habe, dass das irgendwie der Sinn des Lebens ist, da viel zu erreichen, was auch alles cool war. Es waren schöne Erfahrungen. Aber ich habe dann halt irgendwann gemerkt, dass ich irgendwie trotzdem nicht so wirklich glücklich bin oder zumindest so eine Rastlosigkeit da ist und die ganze Zeit es irgendwie immer weitergehen muss. Und irgendwann wusste ich aber auch nicht mehr so genau, was ist denn jetzt eigentlich noch weiter und was will ich denn jetzt noch mehr irgendwie da materielle Dinge jetzt irgendwie anhäufen oder so. Und das hat dann bei mir eine Krise ausgelöst. Und diese Krise hat dann irgendwie so ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich stark, ja, einfach so einen Perspektivenwechsel mit sich gebracht vor einigen Jahren. Und dann diese neue Richtung irgendwie eingeschlagen, Richtung mehr Achtsamkeit, Richtung die Zufriedenheit in mir entdecken. Und mittlerweile darf ich Gott sei Dank sogar andere Menschen dabei begleiten. Ja, das ist das, was ich beruflich mache. Sehr schön. Ja, ich durfte bei dir ja auch schon so eine 90-minütige, so eine kostenlose 90-minütige Coaching-Session in Anspruch nehmen. Und das war auch wirklich, wirklich wunderschön. Hat mich danach total entspannt gefühlt. Und du hast ja gesagt, dein eigener Weg ging so über die Krise. Was war so der Weg, dass du damals, also was hast du, warst du von Anfang an im Coaching-Bereich oder warst du erst in einer anderen Branche? Wie hat sich denn dein Weg so gebahnt in diese Szene, sage ich jetzt mal? Ich habe mit Social-Media-Dienstleistungen gestartet in die Selbstständigkeit. Und ich habe mit 19 mich dann ganz offiziell selbstständig gemacht und die Schule abgebrochen damals und habe dann Social-Media-Dienstleistungen angeboten für lokale Unternehmen am Anfang, so Fitnessstudios, für die habe ich dann Social-Media-Auftritt gemacht und Werbeanzeigen gestaltet auf Facebook und sowas, was zu der Zeit ziemlich fortschrittlich war. Das gab es noch gar nicht. Und ja, so habe ich mit der Selbstständigkeit gestartet und dann hat es sich irgendwie einfach so immer mehr so in diese Richtung einfach hinentwickelt. Ich bin da irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Ich bin dann durch diese Marketing-Dienstleistungen bin ich dann irgendwie so immer mehr in diese Coaching-Richtung gekommen, weil ich dann einfach, es hat sich irgendwie auch ganz natürlich entwickelt, dass ich dann irgendwie mit Leuten zusammengekommen bin, die große Social-Media-Reichweiten hatten und Online-Produkte verkaufen wollten. Dann habe ich dabei geholfen, solche Online-Kurse mit aufzubauen. Irgendwie hat es sich dann immer mehr in die Richtung entwickelt, so Coaching-Programme aufzubauen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich will das eigentlich selber machen, selber coachen. Und dort hat es sich dann irgendwie in die Richtung entwickelt. Was würdest du jemandem mit an die Hand geben, der noch ganz am Anfang steht und selber sagt, ich kann mir das auch gut vorstellen, so als Coach zu arbeiten oder auch mit dem, was wir gelernt haben mit Breathwork oder generell so einfach in diese Richtung, freiberuflich, selbstständig, in einer Berater- oder Coach-Funktion. Wie startet man am besten? Mittlerweile gibt es ja auch sehr, sehr, sehr viele Coaches. Und es ist vielleicht auch nicht mehr, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch nur ein Tuchschluss, vielleicht war es damals auch schon genauso schwierig, aber es geht ja immer, ich glaube, man unterschätzt das ein bisschen, was das am Anfang auch so bedeutet, so Neukundengenerierung und so. Was denkst du, heb einen richtig guten Coach ab, der erfolgreich ist von den anderen? Also erstmal würde ich auf jeden Fall diesem Gedanken, da der Markt wäre schon übersättigt oder sowas, dem würde ich einfach nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Ist einfach nicht der Fall. Also das wird die nächsten, das wird die nächsten zehn Jahre, wird es noch viel, viel mehr werden. Das ist sogar noch ziemlich in den Kindern schon, würde ich sagen. Also da, ja, ist einfach nicht der Fall, dass da der Markt gesättigt ist. Es gibt natürlich super viele Leute, die da nicht viel reißen werden, weil sie einfach vielleicht nicht wirklich dafür gemacht sind. Das ist einfach so. Aber wenn man das Gefühl hat, dafür gemacht zu sein und das wirklich so seine Aufgabe ist, irgendwie einfach dann mit Menschen zu arbeiten, positiven Teile irgendwie beizutragen, dann wird das auf jeden Fall auch klappen. So viel erstmal dazu. Und ich würde sagen, das Wichtigste, also ich meine, es kommt natürlich darauf an, Coach ist natürlich jetzt ein super breitfächeter Begriff und da gibt es natürlich tausend Themen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist eigentlich egal, in was für einem Bereich man irgendwie unterwegs ist. Im Grunde will man ja eigentlich meistens, in den meisten Fällen ist es der Fall, will man seine Kunden dabei verhelfen, glücklicher zu sein. Selbst wenn ich jetzt irgendein Business-Coaching mache, wo ich sage, auf der Oberfläche will ich meinen Kunden dabei helfen, dass sie mehr Umsatz machen beispielsweise. Warum wollen die mehr Umsatz machen? Weil die sich davon mehr Zufriedenheit erhoffen. Und so ist es mit allen anderen Themen genauso. Wenn ich ein Beziehungs-Coaching mache, warum wollen die Menschen ein Beziehungs-Coaching buchen? Weil sie eine Beziehung haben wollen. Warum wollen sie eine Beziehung haben? Weil sie glücklich sein wollen und sich das von der Beziehung erhoffen. Das heißt, glücklich sein ist, würde ich sagen, immer der Antrieb hinter allem, was wir machen und hinter allem, was wir so erreichen wollen, weil wir glauben, dass wir das Glück irgendwo suchen müssen und finden müssen. Und deswegen halte ich es für sehr essentiell und sehr wichtig als guter Coach, die Zufriedenheit, das Glücklichsein in sich gefunden zu haben. Weil das dann automatisch in deine Arbeit mit einfließt. Und das führt auch erfahrungsgemäß, ich habe ja auch einige Jahre mit sehr, sehr vielen Coaches gearbeitet, mit mehreren hundert und ich habe da das auch auf jeden Fall beobachten können, dass die Coaches, die, ich sage jetzt mal, am meisten mit sich im Reinen sind, das heißt wirklich eine Zufriedenheit in sich fühlen, dass auch die Erfolgreichsten sind. Also auch erfolgreich im Sinne von, dass denen einfach möglichst leicht fällt, Kunden zu gewinnen. Es gibt natürlich auch super viele Coaches, wie das halt in jedem anderen Beruf genauso der Fall ist, die, ich sage jetzt mal, aus so einer mangelnden Motivation heraus auch diesen Beruf ausüben. Also die sagen, ich werde jetzt Coach. Das ist halt dann eine Strategie des Egos, um Anerkennung zu bekommen. So, ah, okay, wenn ich Coach bin, dann schauen Leute zu mir auf, dann kann ich denen sagen, wie das Leben funktioniert. Dann bin ich glücklich, wenn ich dann diese Aufmerksamkeit bekomme. Und es ist natürlich sehr verlockend, uns aus der Motivation heraus irgendwie anzugehen. Und das passiert auch oft. Das funktioniert aber nicht so gut. Also es kann sein, dass man dann damit auch im Außen erfolgreich ist und Geld macht. Das ist aber meistens einfach nicht so, nicht so ein, die Qualität ist einfach nicht sehr hochwertig. Es ist nicht so erfüllend. Die Kunden haben nichts, sind nicht so glücklich mit der Zusammenarbeit in der Regel, weil sie halt nur oberflächliche Befriedigung im besten Fall bekommen, wenn überhaupt. Und deswegen würde ich sagen, ist das eigentlich das Wichtigste. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Und umso mehr man diese Zufriedenheit in sich findet, findest du auch einfach, also ich meine dann auch, was dann so Marketing und sowas angeht, umso authentischer zeigt man sich halt auch einfach. Also viele reden von Authentizität, aber wissen, glaube ich, gar nicht so wirklich, was das eigentlich ist. Umso mehr man halt wirklich bei sich ist, desto authentischer ist man. Desto mehr ist das einfach die natürliche Version von dir, die sich da zeigt und umso natürlicher die Version von dir ist, die sich da zeigt, desto mehr fühlen sich Menschen davon angezogen. Und deswegen ist das auch das beste Marketing, würde ich sagen, oder der Schlüssel zu gutem Marketing. Einfach ein Mensch zu sein, der automatisch anziehend auf andere ist, weil dieser Mensch mit sich im Reinen ist, zufrieden ist. Und es verkauft auch viel, viel besser. Also wir merken auch, dass Verkaufen dann auch einfach so kein Akt der Anstrengung mehr ist. Es ist einfach so, dass Menschen einfach dann zu einem kommen wollen. Ja, weil es die ganzen Geschichten drüber sind, die du eigentlich gar nicht bist. Ja, das funktioniert halt immer, das funktioniert halt nicht wirklich. Also wie gesagt, selbst wenn man damit Geld verdient, das kann schon sehr gut funktionieren. Man kann sich schon irgendeine Maske aufsetzen und mit dieser Maske Geld verdienen. Das wird auch ganz, also kann man sehr viele Beispiele dafür finden. Das funktioniert auf jeden Fall. Aber ja, hat in der Regel keiner so wirklich was davon. Ja. Oft wird dann, also damit kann ja auch Schaden angerichtet werden. Ja. Muss dann vielleicht auch so sein. Aber ja, also das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, mein wichtigster Tipp, die Zufriedenheit in sich zu entdecken. Die ist nämlich in jedem da. Und was würdest du sagen, wie entdeckt man diese Zufriedenheit? Was machst du, was machst du gerade in so Lebenssituationen, wo du, also ich zum Beispiel befinde mich ja so als Mutter auch so in so einer Lebenssituation. Ich merke das, wenn ich zum Beispiel Retreats gebe, an meinen Retreats, da bin ich super präsent, da bin ich nur im Moment, da bin ich auch nicht viel am Handy, da bin ich so total in meinem Element und dann fließt auch alles und plötzlich merke ich auch von außen, wie sich Dinge ergeben, weil ich diesen Raum geschaffen habe, wo ich dann so wirklich komplett ich selber sein kann und authentisch sein kann. Dann merke ich aber im Alltag oft wieder, wenn ich dann zu Hause bin, dann kommen so diese Alltagsaufgaben, vor allem gerade am Anfang, wenn du dir ein Coaching-Business aufbaust, du erledigst viel noch selber, Marketing, Social Media, also alle diese Dinge, die vielleicht, es dir auch ein bisschen schwer machen, achtsam zu sein in dem Moment oder dich mit dir selbst zu verbinden, weil du dann halt auch automatisch so viel im Außen bist und einfach viel zu tun hast. Was empfiehlst du Menschen, die sich so in Situationen befinden oder die zum Beispiel vollberuflich gerade noch arbeiten und sich nebenbei eine Selbstständigkeit aufbauen wollen und einfach merken, ich habe einfach einen extremen Mental Overload sozusagen, also ich bin, es ist total mental übergeladen, wie schaffe ich es da, bei mir zu bleiben? Okay, wenn ich einfach dich direkt als Beispiel nehme, weil du jetzt schon so, wenn du jetzt da schon dein Beispiel reinbringst, dann ist es so, mal so ein bisschen konkreter. Also ich meine, ich denke, es ist voll gut zu sehen, dass dann in solchen Situationen wie auf dem Retreat, dass dann, also ich gehe jetzt davon aus, von dem, was du gesagt hast, da würdest du sagen, da bist du wahrscheinlich auch recht zufrieden, oder? Da hast du häufig Zufriedenheit da. Ja, da fehlt mir auch nichts. Oder wie auf der Breathwork-Ausbildung, oder so. Also das ist irgendwie so, und du hast ja auch gerade gemeint, dass da halt sehr viel Präsenz da ist. Dass du da sehr viel Moment bist. Und also das ist schon mal wichtig, weil ich glaube, du weißt es schon, aber vielleicht nochmal für die Zuhörer, dass halt die Zufriedenheit halt dann da ist, wenn wir wirklich im Hier und Jetzt sind. Und im Hier und Jetzt sein heißt, in Akzeptanz mit dem Jetzigen Moment sein. Ganz bewusst wahrnehmen, was jetzt gerade da ist. ganz, ganz häufig ist halt bei den meisten Menschen, fast sogar die meiste Zeit, ist einfach so ein Widerstand da gegenüber dem Jetzigen Moment. Manchmal auch nur ein ganz subtiler, also auch schon so übermäßiges Denken ist ganz oft eine Form von Widerstand gegenüber dem Jetzigen Moment. Ungeduld, Langeweile, Unruhe, Rastlosigkeit. Das sind alles so Formen von Widerstand gegenüber dem Jetzigen Moment. Und wenn der da ist, dann wird keine Zufriedenheit wahrgenommen. Dieser Widerstand überdeckt dann sozusagen die Zufriedenheit, die die ganze Zeit da wäre. Und dann gibt es bestimmte Aktivitäten, die es einem dann irgendwie leichter machen, in Akzeptanz zu sein, weil es einfach Aktivitäten sind, die man richtig gerne macht oder weil es Aktivitäten sind, die einfach sehr viel Aufmerksamkeit erfordern, wie auch auf dem Retreat. Dann musst du ja auch für die Menschen da sein, die das Bede gebucht haben. Dann willst du dir auch dein Bestes geben. Deswegen ist deine Aufmerksamkeit vollkommen da. Und dann bist du automatisch in der Akzeptanz mit dem Jetzigen Moment, selbst wenn es vielleicht anstrengend ist. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt so ein Retreat eben nicht anstrengend ist. Oder die Refwalk-Ausbildung beispielsweise. Das ist ja auch mega intensiv und teilweise schon auch sehr anstrengend. Aber man ist dann da trotzdem irgendwie verhältnismäßig sehr viel in Akzeptanz. Und dann merkt man, dass da eine Zufriedenheit da ist. Und dann glaubt man halt, dass die Akzeptanz und die Zufriedenheit von bestimmten Aktivitäten halt abhängt. Und dass manche Aktivitäten dazu führen, dass da eine Akzeptanz, dementsprechend Zufriedenheit da ist. Und manche Aktivitäten, beispielsweise Alltagsaktivitäten, oder irgendwelche Aktivitäten, die halt einfach gemacht werden müssen, bei denen ist es dann halt nicht möglich. Das ist irgendwie so ein unbewusster Glaube. Da ist es dann nicht möglich. Die sind dann so ein Mittel zum Zweck, um dann wieder irgendwann zu einer Aktivität zu kommen, die mich dann wieder in Akzeptanz bringen lässt und die mich dann wieder glücklich macht. Aber das ist halt ein Irrglaube, ein Missverständnis. Also ich würde sagen, wir haben in jedem einzelnen Moment die Möglichkeit, dem jetzigen Moment mit Akzeptanz zu begegnen. Unabhängig von dem, was jetzt gerade da ist. Ganz klar, manche Momente machen es einem deutlich einfacher, gerade wenn der jetzige Moment halt angenehm ist. Wenn die Erscheinungen im jetzigen Moment angenehm sind, ist es natürlich einfacher, dem jetzigen Moment mit Akzeptanz zu begegnen, als wenn sie unangenehm sind. Aber auch den unangenehmen Erscheinungen kann man mit einer Akzeptanz begegnen. Wenn jetzt beispielsweise ein körperlicher Schmerz da ist, kann man dem mit einer Akzeptanz begegnen. Den Moment nennt man dann wahrscheinlich nicht Zufriedenheit oder Glücklichsein, aber zumindest so ein Imfriedensein. Ich kann mit dem Schmerz Imfrieden sein. Da ist kein psychologisches Leid da. Das erinnert mich gerade, was du gerade erzählst, erinnert mich gerade an. Wir haben auch im Retreat, ich kenne so so Augentropfen, Sananga nennen die sich. Die sind so Augentropfen aus dem Amazonas. Und das ist das perfekte Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, weil die brennen wirklich, wenn du sie richtig anwendest. Nach links nach rechts schaust, die brennen wie die Hölle für über eine Minute. Und du hast das Gefühl, du hältst es nicht aus. Und die einzige Möglichkeit, es auszuhalten und es auch in gewisser, also es ist einfach, sich diesen Moment komplett hinzugeben und das einfach da sein zu lassen und diesen Schmerz einfach zu akzeptieren und damit zu sein. Und dann entfaltet diese Medizin auch seine Kraft, weil es bringt dich wirklich in diesem Moment dieser Schmerz und ich glaube, das ist vielleicht auch so die tiefer gehende Lektion dahinter ist, dass halt auch Schmerz oder unangenehme Momente, zumindest in so einem Fall, kann es dich extrem schnell in deinen Körper bringen und in den jetzigen Moment eben. so und manchmal ist ja Schmerz in unserem Körper eben auch da, um uns in den jetzigen Moment zu bringen und zu sagen, hey, guck mal, hier ist jetzt gerade was, was irgendwie vielleicht mal angeschaut werden muss oder so. Ja. Voll. Sehr gutes Beispiel. Oder auch Eisbaden. Wir waren ja auch schon zusammen im Eisbad. Das ist halt auch, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Das ist ja auch das, was eigentlich alle immer beschreiben, dass, ich meine, ganz offensichtlich ist die Kälte halt nicht angenehm. Also man geht da jetzt nicht rein, weil das eine angenehme Erfahrung ist. Aber irgendwie macht diese unangenehme Erfahrung was angenehm ist mit einem paradoxerweise. Und zwar, dass sie einen halt irgendwie so richtig in den Moment bringt, dass dieser Moment so intensiv ist, dass es gar keine Möglichkeit gibt, jetzt in Gedanken zu sein, irgendwie über die Vergangenheit oder die Zukunft nachzudenken, sondern man ist einfach nur hier und man hält es auch nicht wirklich aus, wenn man dem jetzt irgendeinem Widerstand begegnet. Also man wird in diese Akzeptanz so reingezwungen fast schon. Und das ist halt dann das das lehrreiche Potenzial, was solche Erfahrungen dann zumindest haben oder wahrscheinlich wie mit den Augentropfen auch. Und das ist halt wirklich was, was man üben kann und was man lernen kann. Man muss natürlich für sich erstmal erkennen, dass das eine Wahrheit ist, dass Zufriedenheit erstens das ist, was ich die ganze Zeit am allermeisten haben möchte. Also wonach ich eigentlich die ganze Zeit im Außen suche und dann festzustellen, da finde ich es nicht. Und dann als zweites zu erkennen, diese Zufriedenheit kommt dann zum Vorschein, wenn ich dem jetzigen Moment mit Akzeptanz begegne. Das heißt, wenn ich ganz bewusst da bin und ich wirklich da sein lasse, was jetzt gerade da ist. Und dann im dritten Schritt festzustellen, dass das in jedem einzelnen Moment meines Lebens zugänglich ist. Ich finde den ersten Punkt, den du gesagt hast, sehr gut. Der hat bei mir nochmal sowas angestoßen. Du hast gesagt, sich erstmal dafür zu entscheiden, dass man zufrieden sein möchte. Ich sage immer zu meinen Klienten, wir Menschen machen Dinge aus zwei verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist, weil wir ein bestimmtes Gefühl suchen. Das ist meistens eben Zufriedenheit oder Glück. Oder weil wir etwas ganz Bestimmtes überhaupt nicht fühlen möchten. Und dann in dem Moment das irgendwie suchen, um diese Emotionen eben nicht zu spüren. Also ich von mir selber, ich glaube, es gab in der Vergangenheit tatsächlich vielleicht Momente, wo ich unterbewusst das gar nicht wollte, nur weil ich es nicht kannte. Weil ich einfach nicht, weil mir das gar nicht, weil Sicherheit für mich nicht mit Zufriedenheit und Ruhe assoziiert war, sondern mit ganz viel Disharmonie, mit ganz viel Streitigkeiten, mit ganz viel Adrenalin und Noradrenalin und Cortisol. Also wir sind ja auch an unsere Biochemie gewöhnt. Und wenn halt wir im ständigen chronischen Stress sind, dann ist das, auch wenn dieser Cocktail in unserem Körper total toxisch für uns ist, aber in gewisser Weise ist da auch so eine Abhängigkeit da. Und dann vielleicht auch erstmal sich die Frage zu stellen, möchte ich das wirklich? Oder ja, erlaube ich mir das auch, zufrieden zu sein? Trotz vergangener Erfahrungen vielleicht ist echt, glaube ich, erstmal ganz, ganz wichtig. Weil wenn dieser Wind nicht da ist, ist es schwierig. Ja, auf jeden Fall. Das ist echt so. Ja, das ist echt, das ist voll gut, was du sagst. Das ist mega spannend. Das fällt mir auch immer mehr auf, dass es für sehr viele Menschen einfach sich sehr unsicher anfühlt, dem jetzigen Moment so hinzugeben. Also sich in diesen jetzigen Moment so reinfallen zu lassen, die Gedanken loszulassen, dass es automatisch gleich Angst auslöst, weil es so unsicher ist, dass es so unbekannt irgendwie. Und dann ist ja gleich der Impuls, davon wieder wegzugehen und sich wieder in die Gedanken zu flüchten und in die Anspannung. Das kennt man wenigstens irgendwie. Und es gibt dann so eine Illusion von Kontrolle. Ja, und da ist echt, wie du es gerade gesagt hast, da darf man sich wirklich fragen, bin ich bereit dafür, das loszulassen? Ja. Möchte ich mir das erlauben? Dieses Leid auch loszulassen. Ich würde wirklich sagen, auch bezüglich so freien Willen und sowas, sag ich, ist immer ein sehr großes Thema, sehr philosophisches Thema, wo man viel hin und her diskutieren kann. Aber ich würde sagen, dass, wo wir einen freien Willen haben, ist wirklich zu entscheiden, möchte ich leiden oder nicht. Ja, finde ich sehr schön. Viele Menschen möchten das Leid nicht loslassen. Also man sagt, du hast die Möglichkeit, das Leid loszulassen. Das bedeutet aber auch, dass du alles loslassen musst. Das bedeutet aber auch, dass du deine Identität loslassen musst. Das bedeutet auch, dass du die Zukunft loslassen musst, die Zukunftsvorstellung, die du hast. Wenn du wirklich das Leid komplett loslassen willst, dann musst du all diese Anhaftungen loslassen. Bist du bereit dafür? Und viele Menschen sind nicht bereit dafür. Das ist auch in Ordnung. Okay. Dann wird noch ein bisschen weiter gelitten. Das ist die Entscheidung. Das ist auch in Ordnung. Aber vielleicht ist es so, dass man sagt, ich bin bereit dafür, das loszulassen. Zumindest Schritt für Schritt. Das passiert natürlich sowieso nicht von heute auf morgen. Das ist natürlich auch ein Prozess. Aber ja, darf man sich wirklich fragen, ob man bereit dafür ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es manchmal ganz viel damit zu tun hat, ob man selbst den Glauben darin hat, ob man es verdient hat. Ja. Das war was, was bei mir halt ganz extrem vorgeherrscht hat, dass das für mich einfach nichts Gutes wert. Oder weil ich einfach ganz, ganz, wenn ich ganz, ganz tief reingegangen bin, dann, weil der Glaube halt da war, dass ich das einfach auch nicht verdient habe, so ein glückliches und gutes Leben zu führen. Und ich glaube auch, du redest ja auch von, oft auch von radikaler Akzeptanz. Ja, also vielleicht auch erst mal akzeptieren, diese Gedanken, die da sind, das erst mal anzunehmen, diese Emotionen, die da sind. Weil das ist auch immer so ein Schritt, den vergessen die meisten, die wollen gleich ins Loslassen springen. Und jetzt will ich das nicht mehr haben, jetzt will ich das nicht mehr fühlen, jetzt will ich sofort, aber das erst mal auch anzunehmen, wo ich gerade bin und welche Emotionen damit einhergehen und was ich alles erlebt habe, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Hundertprozentig. Also da wird Loslassen auch meistens falsch verstanden. Also Loslassen, es ist halt nicht so, dass ich jetzt einfach eine Angst oder Scham oder so einfach so loslasse und dann ist es weg. Sondern ich lasse so den Widerstand dagegen los. Also eigentlich nehme ich die Scham an, ich nehme die Schuld an, ich nehme die Angst an. Das ist wirkliches Loslassen. Sich aufhören dagegen zu wehren. Dass du es nochmal sagst. Ja. Ja, absolut. Und dadurch lässt man aber, dadurch lässt man halt dann auch diese Identifikation mit der Zeit los. Also auch wie du gerade gesagt hast, da ist dann einfach so ein Glaube da. Ich habe es gar nicht verdient. Dieser Glaube basiert ja auf einer Identität. Ich bin ein unvollkommenes Wesen, was nicht gut genug ist, was es nicht verdient hat, glücklich zu sein. Es muss erstmal angenommen werden, dass diese Identität da ist. Aber dann durch dieses Annehmen bin ich dann bereit, es auch wirklich loszulassen. Das weghaben zu wollen und wegdrücken zu wollen, ist eine Form von Widerstand. Das ist nicht Loslassen. Und auch wieder von, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Ja. Ich bei meinen Klienten ganz oft. Ich muss jetzt an mir arbeiten. Ich muss, ich muss jetzt, und dann, wenn ich da mal tiefgehe, so, ich verstehe, dass du an dir arbeiten möchtest, weil da ist gerade ein Leidenszug und du möchtest an einen anderen Punkt in deinem Leben kommen. Und ich glaube, Leid ist in gewisser Weise, also es gibt ja auch so einen Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass Schmerz ist ja so auch so in so einem präsenten Moment einfach so da. Und Leid hat viel damit zu tun, wenn man zum Beispiel sehr, sehr viel anhaftet durch Trauma zum Beispiel, also an die Vergangenheit. Das heißt, wenn man eigentlich den Schmerz von der Vergangenheit immer mit dir ins Jetzt holt, so, das ist dann so was, das Leid kreiert. Ja. Und ich sehe es bei Klienten ganz oft, das ist so, ja, ich muss an mir arbeiten, weil ich noch nicht, weil mit mir was nicht stimmt, weil ich falsch bin, so. Und das ist dann auch so, diesen Shift erstmal hinzukriegen, du bist so gut genug, wie du bist und so richtig und du darfst an dir arbeiten, weil du es verdient hast, einfach in voller Zufriedenheit zu sein und in vollem Glück. Aber es ist nicht ein, ich muss an mir arbeiten, weil ich immer noch nicht, ich muss Emotionen zu lassen, ich muss, das ist dann wieder so, wenn so tausend Meter Perspektiven aufgemacht werden. Ja, und ich nähe halt den Glauben, nicht gut genug zu sein damit die ganze Zeit. Also, ich sage ja eben, ich muss an mir arbeiten, weil ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Diese Aussage nährt ja diesen Glauben schon wieder, nicht gut genug zu sein. Klar, und es ist auch schwer, das irgendwie so mal zu durchbrechen, wenn das halt, wenn das halt irgendwie vielleicht Jahrzehnte bereits schon irgendwie so die Realität ist, in der man lebt, aber ja, das ist ja wirklich so, letztendlich die, eine ultimative Wahrheit, wäre so, dass jeder Mensch gut ist, so wie er ist. Ausnahmslos jeder. Was nicht bedeutet, dass alle gute Taten machen, aber, dass da, das, was wir wirklich in der Essenz sind, dass sich da gar nicht die Frage stellt, ob irgendwas nicht gut genug wäre. Das ist, das, was wir wirklich sind, ist, ist einfach. und wenn man das wirklich für sich erkennt, dann lässt man eben diese undienlichen Glaubenssätze, diese undienlichen Identitäten nach und nach einfach immer ein bisschen mehr los. Und dann kommt einfach diese Zufriedenheit immer mehr zum Vorschein, die ist die ganze Zeit da. Das ist einfach unsere wahre Natur. Das ist auch kein, Zufriedenheit ist auch kein Gefühl, was kommt und geht. Das ist vielmehr der durchgehende Hintergrund, der die ganze Zeit da ist, der nur die meiste Zeit überdeckt ist von Gedanken, von Gefühlen, von Sinneswahrnehmungen, weil man halt ausschließlich damit irgendwie fasziniert ist und die Aufmerksamkeit irgendwie nur darauf legt. Wenn man da mal so dieses so tiefe Einsinkt in sich, dann merkt man, das ist die ganze Zeit da. Und dann merkt man, wenn man damit in Kontakt ist, merkt man, in dem Moment ist kein Problem da. Es ist alles gut, so wie es ist. Ich bin genau da, wo ich sein soll. Und das kann zu einem dauerhaften Verständnis werden. Und es ist nicht nur ein Verständnis, was man sich irgendwie eine nette Affirmation, die man sich einredet und dann hoffentlich glaubt, sondern man spürt, dass es die Wahrheit ist. Ja. Und erst dann fruchtet es so richtig. Aber es ist für jeden zugänglich. Ja, und ich finde auch ganz wichtig, nochmal dazu zu sagen, dass auch, also auch neben dieser Zufriedenheit immer, also weil die Leute glauben dann, glaube ich, schnell so, okay, das ultimative Ziel ist es jetzt nur noch im Lotus-Sitz meditierend, zufrieden zu sein und da zu sitzen. Aber neben einer Zufriedenheit, weil diese Zufriedenheit, hast du gesagt, das ist keine Emotion oder kein Gefühl, sondern so ein grundlegender Zustand, können Emotionen existieren, wie Trauer, Wut, wenn wir zum Beispiel auch schicksalschreiber leiden oder sowas, dann ist das ganz präsent und dann bedeutet das aber nicht, dass diese Zufriedenheit automatisch weg ist, weil es ist wie so ein Ohrvertrauen, das ist einfach wie so eine Verankerung, die wir einfach haben, ob das jetzt mit Gott ist oder wie man das netten möchte, der wir uns einfach bewusst sind zu jeder Zeit und daneben dürfen auch andere Emotionen existieren. Das ist vielleicht auch nochmal wirklich, wirklich wichtig für das Verständnis, dass beides Platz hat. Hundertprozentig. Definitiv auch ein sehr großer Irrglaube zu denken und dass man an den Punkt kommen muss, an dem man irgendwie nichts mehr fühlt oder zumindest keine negativen Gefühle, wie man sie so nennen möchte. Ist halt auch nicht negativ. Also eine Trauer ist halt auch nicht negativ. Das ist ja auch nur die Bewertung, die man dieser Wahrnehmung dann irgendwie zuordnet. Es ist vollkommen in Ordnung, dass eine Trauer da ist. Es ist auch vollkommen in Ordnung, dass eine Wut da ist. Und man kann mit diesen Erscheinungen im Frieden sein. Ja. Und dann entsteht da in der Regel auch kein destruktives Verhalten draus, wenn man damit im Frieden ist. Ja. Aber dann entsteht vor allem dann, wenn da ein Widerstand dagegen da ist. Wenn ich die ganze Zeit die Wut zurückhalten will und damit im Widerstand bin, dann platze ich irgendwann und dann sage ich irgendwas, was ich danach bereue oder mache irgendwas, was ich danach bereue. Wenn ich mit der Wut im Frieden bin, dann fühle ich die Wut, stelle fest, dass vielleicht gerade eine Grenze überschritten wurde, beruhige mich dann ein bisschen, kann dann das im besten Fall gut kommunizieren. Das ist einfach ein viel dienlicherer Umgang. Und ich verliere diesen Frieden eben nicht, der die ganze Zeit da ist. Ja, auf jeden Fall. Und was du schon sagst, wir tendieren halt auch sehr dazu, Dinge zu bewerten. Ja, also, und darunter auch Emotionen zu bewerten. Und das sieht man ja auch schon im Umgang mit Kindern. Ganz, ganz, wie viele Eltern das auch einfach gar nicht aushalten können, wenn das Kind gerade eine Wut zeigt oder eine Trauer hat. Eine Trauer, ich sehe es immer wieder bei den Großeltern von meiner Tochter, wenn sie anfängt zu weinen, dann ist immer gleich, nein, nein. Und dann werden alle möglichen Ablenkungsstrategien versucht, weil das gerade einfach gar nicht ausgehalten und ertragen werden will. Und das Kind, das Kind, und das sehen wir bei Kindern so schön, denen ist das aber eigentlich völlig, völlig egal. Die können so schön im Moment sein, deren Emotionen sind so stark. Und obwohl sie so stark sind, können sie innerhalb von einer Sekunde wieder wechseln und vom Weinen ins Lachen gehen oder andersrum. Also von denen können wir sehr, sehr viel lernen und ich sehe das immer wieder, wie viel da bewertet wird schon. Dann sieht man aber auch da, wie das natürlich dann das Kind dann beigebracht bekommt, so mit der Zeit. Ah, das Weinen ist nicht gut, das nicht erwünscht, sich zurückhalten. Und Wut genau gleich. Ich meine, meine Tochter ist jetzt auch in einem Alter, die haut auch und kratzt und wenn sie wütend ist, weil sie halt noch gar keine Worte hat, das zu artikulieren. Und ich glaube, für so ein Kind ist es auch wahnsinnig wertvoll, einfach zu sagen, auch ich sehe, dass du total wütend bist gerade. Aber leider können wir es halt trotzdem nicht so und so machen. Und später auch den Kind zu artikulieren, du kannst die Wut so und so ausdrücken, aber die darf da sein, die muss eben nicht weg sein. Weil das ist schon, oder auch genau so die Trauer, aber es ist halt, man sieht, dass wir gerade bei Kindern in so einer Gesellschaft leben, die einen ganz, ganz schwierigen Umgang mit Emotionen legt, weil sie irgendwie das Gefühl hat, eben das bewerten zu müssen. Das ist jetzt schlecht oder das ist jetzt unangebracht oder das ist jetzt dies. Ich glaube, in der Wertfreiheit liegt ganz, ganz viel Kraft auch, weil dann kann man mit sich selber, man kann es viel besser annehmen. Ja, auf jeden Fall. Wertfreiheit ist Annahme und Bewertung ist Widerstand. Das ist eigentlich immer so. Also es gibt so, ich finde, es gibt einfach so verschiedene Ausprägungen von Widerstand, auf die man auch so achten kann. Und Bewertung oder Verurteilung ist definitiv eine Form davon. Das ist immer Widerstand. Also egal, ob ich jetzt andere verurteile oder ob ich mich verurteile, das ist Widerstand. Und Anhaftung ist eben eine Form von Widerstand, also Anhaftung an Vergangenes, an eine bestimmte Zukunftsvorstellung oder auch an irgendwie schöne Objekte, die jetzt gerade im Bewusstsein da sind, die nicht weggehen sollen. Das ist dann auch schon wieder eine Form von Widerstand, Ungeduld, Unruhe, wie gesagt. Und das hat in gewisser Weise auch eine Funktion und das teilweise, also zum Beispiel auch so unsere soziale Gruppenbildung, Verurteilen, also dieses Verurteilen, dass ich zum Beispiel verurteile, dass jemand anders jemanden umbringt oder jemand anders sein Kind misshandelt oder so. Es hat ja auch eine Funktion, weil sich dadurch Werte bilden, so was wollen wir, was wollen wir nicht und so. Aber es ist halt wichtig, auch mit einem Bewusstsein, glaube ich, daran zu gehen. Naja, es gibt halt einen Unterschied zwischen feststellen und verurteilen. Also ich kann halt feststellen, okay, dieser Mensch hat jemanden umgebracht. So einen Mensch möchte ich nicht gern in meiner Nähe haben. Es wäre gut, wenn dieser Mensch in einem Gefängnis wäre. Und das kann vollkommen ohne eine Verurteilung passieren. Das ist einfach eine ganz neutrale, logische Feststellung. Genauso wie ich bei mir selber irgendwas feststellen kann, wo ich sage, okay, da würde ich beim nächsten Mal irgendwie vielleicht versuchen, anders zu handeln, weil das jetzt einfach nicht so die beste Herangehensweise war. Aber da ist dann überhaupt keine Form von Verurteilung, gar keine, nicht diese negative Energie, diese verurteilende Widerstandsenergie, die ist dann da einfach nicht involviert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die überhaupt keine dienliche Funktion hat, dass sie eigentlich nur destruktive Funktion hat, Widerstand. Und das ist auch noch so ein weiteres Missverständnis diesbezüglich, dass dann geglaubt wird, wenn ich jetzt einfach alles akzeptiere, dann geht ja nicht, ich kann ja nicht alles akzeptieren. Es geht ja auch nicht darum, alles auf der Verstandesebene zu akzeptieren. Der Verstand kann nicht alles akzeptieren. Das ist die Aufgabe des Verstandes, dass er irgendwie alles einordnet und analysiert und Sachen irgendwie so in Schubladen steckt. das macht er halt einfach. Aber die Frage ist, bin ich mit dem in Akzeptanz oder ist da ein Widerstand von mir da? Verurteilung ist echt ein sehr gutes Beispiel dafür. Also nur weil ich aufhöre zu verurteilen, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem noch irgendwas, ja, einfach Tatsachen feststelle und dann eine Meinung dazu habe. Aber es ist einfach keine verurteilende Energie da mehr da. Und das ist definitiv möglich. Auch bezüglich sich selber. Und das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Wenn man glaubt auch, ich müsste mich selber verurteilen, um mich zu bessern. Das glauben ganz, ganz viele. Also, ich muss mit mir selbst im Krieg sein, damit ich dann besser werde. Und das Gegenteil ist der Fall. Also, umso mehr ich mit mir im Krieg bin, desto, größer wird dieser Krieg mit mir. Es wird halt nicht besser. Und auch das Verhalten wird in der Regel nicht besser. Also, wenn ich mich jedes Mal dafür fertig mache, dass ich jetzt Schokolade esse, dann wird es in der Regel, wird dieses Schokoladen-Ess-Problem in der Regel immer größer dadurch. Aber ich kann auch einfach das annehmen. Ich kann feststellen, dass ich vielleicht zu viel Schokolade esse. und dann bin ich erst mal in Akzeptanz damit, dass das so ist. Nehme ich das erst mal wahr und dann aus dieser Akzeptanz heraus habe ich dann auch die Möglichkeit, das mal wirklich liebevoll zu erforschen. Warum ist denn das der Fall? Oder drücke ich vielleicht irgendwas damit? Kommt das immer dann, wenn ich irgendwie mich alleine fühle oder was auch immer? Und dann aus dieser Akzeptanz heraus kann ich das viel, viel dienlicher angehen. Und dann passiert da wirkliches Verständnis, da passiert wirkliche Erkenntnis und dann verändert sich das Verhalten vielleicht sogar auch, sehr wahrscheinlich sogar. Auf jeden Fall wahrscheinlicher, als wenn ich mit mir im Widerstand bin und wenn ich mich die ganze Zeit dafür verurteile. Finde ich sehr schön, was du sagst. Ich habe auch das Gefühl, dass die Art und Weise, wie wir mit uns sprechen in unserem Kopf, dieses, man kann es jetzt aus verschiedenen Konzepten sehen, aber vielleicht dieses erwachsene Ich, was mit dem, mit dem inneren Kind spricht oder so zum Beispiel beim Beispiel von Schokolade, dass das oft gar nicht unbedingt wir sind, sondern manchmal auch die Stimme unserer Bezugsperson. Ja, und wenn wir ständig als Kind Kritik erfahren haben, du bist nicht gut genug und du machst das falsch und vergleiche und irgendwie verbale, vielleicht auch physische Gewalt, dann tendieren wir einfach dazu. Also diese Stimme der Bezugsperson geht einfach weiter und wir glauben, das sind wir. Das sind wir eigentlich gar nicht. Und ich glaube, ganz viel Heilung liegt eben, da drin, das zu ändern, weil in dem Moment, wo wir das ändern, wie du das jetzt gesagt hast, in dem Moment, wo wir sagen, okay, vielleicht esse ich zu viel Schokolade, aber da einfach auch ganz viel Mitgefühl reinbringen, das ist wie so ein Elternteil, das Kind einfach in den Armen und sagt, hey, ich merke, du brauchst gerade irgendwas, irgendwas ist nicht in Ordnung, was ist los, red mit mir oder so. Dann ist es einfach eine ganz andere Kommunikation mit dir selber und mehr Liebe, die da einfach auch eine Rolle spielt und das ist einfach so ein bisschen auch so die Grundlage für eine Heilung und das ist ja auch die Grundlage vom Reparenting, also sich selber um sein eigenes inneres Kind zu kümmern. Das finde ich ganz, ganz schön und was du auch gesagt hast, diese Akzeptanz bedeutet ja auch nicht, wenn ich jetzt in einer toxischen Beziehung beispielsweise bin und da Gewalt erfahre, bedeutet das ja nicht, ich akzeptiere das jetzt bedingungslos und bleibe mein Leben lang, sondern einfach, ich akzeptiere vielleicht die Situation, dass ich da reingeraten bin, aber das bedeutet ja nicht, ich darf jetzt meine Grenzen nicht zählen und ich darf die Person nicht verlassen, sondern das geht ja, also vielleicht kannst du da noch mal auf dieses Beispiel noch mal ein bisschen näher eingehen. Toxische Beziehungen. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil auch gerade dieses spezielle Beispiel wird eben auch da oft im Namen eines Missverständnisses verwendet. Es sind eben auch, jetzt kann ich ja da die Akzeptanz üben und da, ja, mein Wohlbefinden ist ja von Umständen unabhängig und deswegen ist es ja auch egal, wenn ich immer geschlagen werde, kann ich ja einfach trotzdem in Akzeptanz damit sein. Das ist keine wirkliche Akzeptanz. So, es geht immer wieder darum, die Akzeptanz gegenüber dem Jetzt-Segment, also mit dem in Akzeptanz zu sein, was jetzt gerade da ist und ziemlich sicher ist da, wenn du jetzt gerade geschlagen wirst, jetzt einfach mal als Extrembeispiel, dann gehe ich sehr stark davon aus, dass sich das im Jetzt-Segment nicht gut für dich anfühlt, dass da im Jetzt-Segment, dass da vielleicht eigentlich auch schon zum Beispiel eine Wut da ist. ziemlich sicher ist deine Wut da. Klar, weil da definitiv eigentlich Grenzen gesetzt werden müssten und dann geht es darum, damit in Akzeptanz zu sein, mit dem, was jetzt gerade da ist, mit dieser Wut dann in Akzeptanz zu sein, die wird wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt die ganze Zeit unterdrückt. Diese Wut wird dann die ganze Zeit zurückgehalten, nee, ich darf nicht wütend sein und dann geht es halt die ganze Zeit weiter. Aber jetzt fange ich mal an, das vielleicht mal zu akzeptieren, dass es da ist, fange an, das zu erforschen, fange an, ehrlich zu mir zu sein. Also diese Akzeptanz bedeutet halt auch wirklich immer ehrlicher zu mir zu werden, was ich eigentlich wirklich fühle, es immer mehr da sein zu lassen, was da ist, die Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen, wirklich ernst zu nehmen und dann, wenn ich dann wirklich die Akzeptanz praktiziere, dann komme ich in der, sollte ich eigentlich in solchen Situationen zu der Erkenntnis kommen, das, was ich will, ist, diese Beziehung zu verlassen. Und das ist vielleicht ganz, ganz schwierig aus vielen Gründen. Aber dann fange ich an, diesen Wunsch irgendwie zu sehen und ich muss einfach ehrlich zu mir sein, ich muss radikal ehrlich zu mir sein durch die Akzeptanz und dann wächst es einfach immer mehr und dann ergibt sich immer mehr, werden sich für so einen Menschen immer mehr die Möglichkeiten irgendwie ergeben im besten Fall, was die Person machen kann, um diese Beziehung zu verlassen, um da eine Besserung zu erzielen. Aber da wird halt eben immer dieses, das ist immer das Problem, wenn die Akzeptanz so auf der falschen Ebene betrachtet wird. Also ich nenne es auch ganz gern so, es gibt so die Ebene, die Bewusstseinsebene der Meinungen, das ist sozusagen, ich bin im Verstand und es gibt die Bewusstseinsebene der Beobachtung. Das ist dann, wenn ich einfach wahrnehme, wenn ich einfach nur beobachte, was jetzt gerade da ist. Die Akzeptanz bezieht sich auf die Bewusstseinsebene der Beobachtung, nicht auf Bewusstseinsebene des Verstandes. Das funktioniert nicht. Und zum Beispiel zu sagen, ich akzeptiere jetzt einfach, dass ich in einer toxischen Beziehung bin, das wäre, ich versuche die Akzeptanz auf der Bewusstseinsebene des Verstandes, auf der Bewusstseinsebene der Meinungen anzuwenden und funktioniert halt nicht. Ich versuche es mir irgendwie eins zu sehen, dass ich damit auch jetzt in Akzeptanz sein könnte. Es geht darum, auf der Bewusstseinsebene der Beobachtung in Akzeptanz zu sein, zu beobachten, was jetzt gerade da ist und zu merken, okay, da ist der Wunsch da, diese Beziehung zu verlassen. Da ist auch die Angst da, ganz klar, aber auch die darf dann da sein, auch die fühle ich. Und dann komme ich da einfach immer mehr zu mir und immer mehr zu dem, was ich wirklich will und was wirklich meine Bedürfnisse sind. Also auch bei sich zu bleiben, also wirklich zu gucken, nicht, was ist jetzt bei meinem Partner und was akzeptiere. Ich könnte ja auch sagen, ich akzeptiere jetzt eben die Wut von meinem Partner oder ich akzeptiere jetzt so, aber so auch bei sich zu bleiben, okay, aber was ist denn bei mir da? Und seine Entscheidungen auch danach auszurichten. Das geht ja auch im Arbeitsumfeld zum Beispiel weiter oder in anderen Beziehungen. Und ich glaube, was du gesagt hast mit dieser radikalen Ehrlichkeit, das ist ja auch so ein Prinzip aus dem Yoga, Satya, einfach ganz ehrlich, nicht nur mit anderen zu sein und da keine Lügen zu sprechen, es gehört auch zu den zehn Geboten, sondern aber auch mal ganz ehrlich mit mir selber zu sein, meine eigene Wahrheit sprechen zu können, ist glaube ich, was, was da oft vergessen wird, weil wir dann immer, wenn es um radikale Akzeptanz oder Akzeptanz geht, ganz viel oft im Außen sind. Ach, ich muss das jetzt im Außen, muss ich das jetzt akzeptieren und das akzeptieren. Nee, erst mal komm bei dir selber an und schau, was da einfach akzeptiert werden darf, was da da ist. Vor allem darum geht es. Es geht wirklich vor allem darum, was im jetzigen Moment gerade da ist und was im jetzigen Moment in dir da ist. Ja. Vor allem so was, ja wirklich, was die Gefühle, was die Gefühle angeht, was für Erscheinungen in dir gerade auftauchen, damit in Akzeptanz zu sein. Weil damit ist man ja auch in erster Linie auch im Widerstand. Also man ist ja auch mit denen, also selbst wenn dein Partner wütend ist, dann bist du trotzdem eigentlich mit dem im Widerstand, was das in dir auslöst. Deswegen, ja, bei sich bleiben. Ja. Ganz wichtig. Wirklich immer nur um sich und ich meine wirklich dieses auch bei sich sein, wenn man das mal nochmal sich genauer anschaut, da stellt sich ja die Frage, okay, wer bin ich wirklich? Wenn ich bei mir bin, dann muss ich natürlich erstmal wissen, wer bin ich wirklich? Und wenn man über diese Selbsterforschung immer mehr angeht, dann stellt man eben immer mehr fest, das, was ich bin, ist zumindest so ein erster Schritt dieser Selbsterforschung, dass man merkt, ich bin gar nicht ausschließlich dieser Körper. Ich bin gar nicht ausschließlich dieser Verstand. Ich bin ja irgendwie in der Lage, das alles wahrzunehmen. Ich kann da irgendwie so einen Schritt zurücktreten, einfach beobachten, was da ist. Und der normale Bewusstseinszustand, der gängige Bewusstseinszustand der meisten Menschen ist ja der, dass man glaubt, dieser Körper, dieser Verstand zu sein, ausschließlich. Dann erkennt man immer mehr, das, was ich wirklich bin, ist eigentlich dieses Bewusstsein, was ich diesen Erscheinungen bewusst ist. Ich bin die Wahrnehmung, die beobachtet, was in mir erscheint, zumindest wie gesagt, der erste Schritt irgendwie von dieser Selbsterkenntnis. Und wenn ich das mal, wenn ich dann wirklich mehr erkenne, das ist eigentlich meine eigentliche Identität, dann bin ich erst wirklich in der Lage, wirklich bei mir zu sein. Und dann heißt dieses bei mir sein, heißt dann wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, was jetzt gerade da ist. Wenn ich wirklich einfach nur bewusst wahrnehme, wenn ich wirklich bei mir bin, dann bin ich auch automatisch in Akzeptanz. Und dann kann man auch gut bei anderen sein, gell? Also dann kann ich auch viel, finde ich, viel feinfühliger wahrnehmen, was gerade bei jemand anders da ist. Und dann geht es im nächsten Schritt darum, das ist auch so ein Missverständnis, das habe ich auch das Gefühl, gerade auch, wenn es um Thema, ich bin ja Mutter, also Thema Gentle Parenting geht, viele Leute glauben so, es gibt nur diese, es gibt nur, du verziehst dein Kind oder du erziehst dein, also, oder du erziehst dein Kind. Aber es gibt auch, du begleitest dein Kind und viele glauben dann, wenn du, es gibt nur dieses, ja, ich muss ganz, ganz strikt meine Autorität leben und dieses Machtungleichgewicht und Grenzen setzen und ganz, ganz streng, das ist so dieser konventionelle Erziehungsstil oder dieses, ich lasse alles durchgehen. Und das ist aber, es gibt immer noch einen Mittelweg und ich sehe das bei meiner Tochter, es gibt einfach manchmal Momente, wo ich merke, okay, nee, bei mir ist jetzt gerade, gerade zum Beispiel jetzt auch mit dem Stillen, sie ist jetzt schon fast anderthalb Jahre alt, ich möchte das jetzt gerade nicht und das kommuniziere ich ja auch, ich bin jetzt gerade nicht in der Öffentlichkeit, will ich nicht, dass du mein T-Shirt einfach runterreißt und dann wird sie ganz, ganz wütend und ich nehme das wahr, ich muss ihr das auch nicht absprechen, ich muss ihr auch nicht sagen, du wirst jetzt nicht wütend werden, weil natürlich darf sie wütend werden, das ist aber, deswegen muss ich nicht automatisch auf ihr Bedürfnis jetzt eingehen, ich kann trotzdem meine Grenze fahren und sagen, ja, ich möchte es nicht und die Wut darf trotzdem nicht sein. So, und das ist auch dann so ein Missverständnis, es darf beides da sein, ich muss weder dem anderen das Gefühl absprechen, was er in dem Moment hat, noch muss ich aber irgendwie das trotzdem mit mir machen lassen oder darf meine Grenze nicht ziehen, also ich kann meine Grenze ziehen und trotzdem diese Emotion der anderen Person einfach da sein lassen. Und ich glaube, das ist immer so, das finde ich. was mit dieser Akzeptanz dann eben auch einfach einhergeht, dass man es dann einfach bei anderen auch besser aushalten kann. Auf jeden Fall, also, wenn man gar nicht wirklich bei sich ist, sprich nicht wirklich in der Akzeptanz ist, dann ist man, würde ich sagen, gar nicht in der Lage, bei anderen zu sein. Man ist ja nicht mal bei sich selber, wie will man dann bei anderen sein. also man ist halt einfach so lost in thoughts, man ist ja eigentlich, ich meine, auch die meisten Menschen können deswegen auch nicht wirklich zuhören, weil während der andere spricht, sind die meisten einfach nur mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. wie will ich da, wie will ich da in der Lage sein, subtile Energien wahrzunehmen, wenn ich nicht mal hören kann, was rauskommt aus dem Mund von einem anderen Menschen. Ja, deswegen wirklich, auf jeden Fall würde ich auch sagen, dieses bei sich sein, wirklich bewusst wahrnehmen können, Akzeptanz sein, ist Fundament dafür, bei anderen sein zu können, dementsprechend auch das Fundament für intime Beziehungen, für wirkliche Verbindungen untereinander. Funktioniert anders gar nicht. Ich habe noch eine Frage dazu, Lenin, und zwar, wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, so, in der Theorie auch, viel, würdest du sagen, das ist einfach so ein Weg dorthin, dem man einfach geht und irgendwann ist man da und je nachdem, wie die eigene Geschichte ist, dauert es länger oder kürzer oder gibt es bestimmte Übungen, die du als Coach vielleicht auch deinen Klienten mitgibst oder irgendwelche Dinge, wo du sagst, solche wie ein Eisbaden, wo man schnell in den Körper kommt, Dinge, wo du sagst, das hilft einfach dabei, achtsamer zu sein oder mehr mit sich im Reihen, weil es kommt ja, im Grunde genommen sind wir ja Menschen und das hat ja auch ganz viel mit unserer Biochemie zu tun, mit unserem Nervensystem, mit unserem Körper und ganz klar, wir sind einfach auch so ein bisschen Körpermenschen, wenn da irgendwie was aus der Balance ist, ist es einfach mental auch schwieriger. Was würdest du da dazu sagen? Ich denke, es macht Sinn, es so aus zwei Perspektiven zu betrachten. Einmal so aus so einer absoluten Perspektive. ist halt, die absolute Perspektive ist schon auch sehr wichtig, also zu erkennen, grundsätzlich gibt es eigentlich nichts zu tun. Also, du bist natürlich die ganze Zeit schon du selbst und du bist die ganze Zeit schon bei dir selbst. Du bist die ganze Zeit schon Wahrnehmung, du bist die ganze Zeit schon Bewusstsein. Diese Zufriedenheit, der innere Frieden ist die ganze Zeit schon da, ist nur überdeckt. Das ist so eine, diese eine absolute, absolute Sicht. Und dann gibt es natürlich auch die relative Sicht, die menschliche Sicht, in der es auch einfach ein Prozess ist, diese Akzeptanz, diesen inneren Frieden immer mehr zu etablieren und immer mehr damit in Kontakt zu sein. Und aus dieser relativen Sicht betrachtet, macht es auf jeden Fall Sinn, gewisse Praktiken auszuüben. es macht Sinn, eine Meditationspraxis beispielsweise zu haben. Wenn man im Alltag überhaupt nie die Zeit dazu hat, mal wirklich zur Ruhe zu kommen oder glaubt, die Zeit nicht zu haben, dann kann es definitiv Sinn machen, sich mal eine Meditationspraxis einfach mal einzuplanen. Das bedeutet, dass ich mir einfach mal 10 oder 20 Minuten am Tag einfach mal rausblock, wirklich für mich, die einfach mal nur dafür da sind, einfach nur bewusst wahrzunehmen. Sich mir einfach mal sozusagen einfach als Termin rausblock, um es überhaupt mal irgendwie praktizieren zu können. Yoga. Yoga kann auch wirklich sehr, sehr dienlich sein. Ich meine, Yoga ist ja auch dafür da. Breathwork, finde ich, ist halt einfach eine sehr effektive Methode, auch wenn man sich eben anschaut, was es zum Beispiel mit dem Nervensystem eben macht, was es mit Gehirnwellen macht. ist Breathwork definitiv mega interessant, auch alle unterschiedlichen Arten davon. Aber gerade so für den Alltag finde ich dann auch wirklich so Wim Hofatmungen total interessant oder natürlich auch einfach so sehr regulierende Atemtechniken wie dann Box Breathing oder sowas, einfach um das Nervensystem wirklich zu entspannen und die Gehirnwellen wechseln ja dann auch tendenziell so von Beta zu Alpha-Wellen, was einfach auch dazu führt, dass da mehr Entspannung da ist, mehr Klarheit, einfach mehr dieses Beobachterbewusstsein. Das kann definitiv sehr helfen, bis es sich irgendwann einfach so einstellt, dass man eigentlich nahezu die meiste Zeit einfach so in diesem State so bleibt. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel sich so Studien anschaut, die Gehirne von Menschen gescannt haben, die einfach regelmäßig meditieren oder von so buddhistischen Mönchen, bei denen das ist ganz krass, die sind auch dann einfach, die meisten Menschen sind ja die meiste Zeit in Beta-Wellen, was einfach so dieser Alltagszustand ist und dann wird dieses rationale Denken aber auch Ängste und Sorgen vor allem dann damit auch verbunden werden und der Alpha-State, dann wird dann dieses bewusste Entspannen ist, der Körper ist dann meistens sehr entspannt, man ist trotzdem noch sehr achtsam, sehr bewusst, wie gesagt und eben solche Menschen, die viel meditieren, die sind dann einfach auch bewiesenermaßen die meiste Zeit in einem Alpha-State statt Beta. Also das wird dann einfach mehr so der Grundzustand in diesem friedvollen Beobachtermodus zu sein, was dann gar nicht bedeutet, dass man dann ein buddhistischer Mönch werden muss, der dann die ganze Zeit nur noch meditiert. Auch die meditieren ja nicht die ganze Zeit, die machen ja auch irgendwie, die haben auch irgendwie Tätigkeiten und gehen irgendwie in der Arbeit nach und sind aber trotzdem einfach in diesem Stage und aber auch in unserer westlichen normalen Welt ist man in der Lage an den Punkt zu kommen. Deswegen würde ich sagen, ja, solche die Klassiker Praktiken und aber auch Spazierungen in der Natur finde ich, ich finde Spazierungen in der Natur merke ich immer wieder, ist einfach für mich persönlich funktioniert das einfach am aller allerbesten sogar. Wenn ich gerade aber nicht alleine vor allem in der Natur bin, einfach, ja, bringe ich mich einfach sofort in diese friedliche Beobachterrolle, einfach wahrnehme, was gerade da ist. Ja, für mich funktioniert Atemarbeit in der Natur sehr gut. Ja, das ist natürlich am allerschönsten. Das ist mir ganz mal gleich so, weil ich finde so Atemarbeit hat so oder Breathwork, gewisse Techniken haben einfach diesen, jetzt nicht Box Breathing, aber gerade wenn du so ein Mensch bist, der viel im Fight of Light ist und deswegen auch viel verkauft ist, also viel so in diesen ich muss machen, machen, ich muss mich bewegen und so, ist ja auch eine Traumaantwortung in gewisser Weise und deswegen viel im Stress, da finde ich so eine recht aktivierende Atmung, wo du das Nervensystem erstmal abholst, wo es steht, finde ich, das durchbricht sehr viel, du kommst sehr schnell, sehr, sehr schnell einfach in einen ganz anderen Zustand und das in der Natur ist einfach so, das Wasser, das Bäume und sowas einfach auch regulierend auf den Vargusnerv, also oder gut für unseren Vargusnerv, einfach regulierend auf das Nervensystem wirken. Ja, das merkt man echt, das merkt man echt sofort. Ja, sehr schön. Ja, hey, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Richtig gerne, Lisa, ich danke dir, richtig schönes Gespräch. Ja, wunderschön. Möchtest du noch was irgendwie zu deinem Kanal sagen oder zu deinem, wo man dich finden kann? Wenn man sich davon jetzt angesprochen gefühlt hat, was ich so erzählt habe, dann kann man einfach mal bei mir auf Instagram vorbeischauen oder auf YouTube, da gibt es Videos und Posts zu solchen Inhalten. Genau, man hat natürlich auch die Möglichkeit eben in Form von Coaching mit mir zusammenzuarbeiten. Da kann man sich einfach auch bei mir melden, wenn das interessant ist. Und ja, ansonsten gibt es auch jetzt auch von mir und meiner Freundin zusammen in Zukunft immer mehr Retreats. Also da darf man dann einfach die Augen offen halten, falls sowas interessant wäre. Ansonsten einfach Instagram ist so die beste Plattform, um mit mir in Kontakt zu treten, da lese ich die Nachrichten auf jeden Fall und antworte auch. Jenny Schönbach heißt du da, glaube ich, gell? Genau, genau. Genau, Jenny Schönbach. Aber ich schreibe es auch nochmal so, dass ihr es einfach lesen könnt und genau, dann einfach direkt suchen könnt. Vielen Dank, Jenny. Vielen, vielen Dank für das mindestens volle Gespräch. und ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ich danke dir, Lisa. Hat mich auch sehr gefreut. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.